ach dann gehen wir glaube ich mal direkt zu der nächsten basis wir machen erst mal die sieht schon wieder ein bisschen anders aus was sogar ein bisschen besser würde ich behaupten nein ja und 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 So, und dann sollten wir jetzt eigentlich demnächst die Feinde aufploppen, vielleicht auch gar nicht so verkehrt meine Sensormatrix zu haben. Die Sensormatrix erhöht nämlich die Reichweite der Sensorik an sich, wodurch wir Feinde eher sehen und auch eher handeln können. Mal ganz kurz das Pattern angucken, wie die sich bewegen. So, ich würde erstmal auf den da oben gehen. Ja, doch, das sieht gut aus. Guck mal, der hat sogar nur zwei Jäger, aber dafür drei Stationen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dann mache ich mal lieber dann doch diese Formation da raus, weil, wenn er seitlich seine Raketen rausschießt, knallt er die sonst voll in die Seiten von den anderen Schippen. Das wäre sehr, sehr uncool. Fangen wir mal da hin. Jetzt muss er nur einmal rankommen kurz. Da wischen wir ihn auf jeden Fall gleich. Mal ganz kurz. Verschönen, dass Gas geben nicht so schlau so war. War es nicht so schlimm, er stellt auch gerade fest, dass er uns angerechnet nicht so so stolz so war. Da schlagen die Raketen ein. Jawoll. Einer wollte schon wieder. Och, Glück gehabt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann müssen wir erst einmal Dinge einsammeln. Über alle. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Warum? Was ist hier passiert? Nein! Das war so. Ich hab das mal so schnell gemacht. Das war so schnell. Ich hab das mit dem. Das war so schnell gemacht. Das war es ja noch nicht. Ich hab das nicht gegeben. sehr gut das ist genau das was wir brauchen reicht für ihn zwar noch nicht komplett reicht auf jeden fall schon mal für die grundlegenden reparatur und er ist sehr gut dann und das skalieren aber dahin gehen ist natürlich genau nach heroine aber mit eisen also das gar nicht mal so so verkehrt brauchen wir nämlich für unsere raketen manöver ok 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 zurück Zurück. Ah, ich weiß, was aber wegwerfen kann, wird repariert bitte. Genauso hier. Aber halt aufgrund des Ausweichens hat man alles so ein bisschen abgekriegt, das war vielleicht nicht ganz so schlau, aber... Ja. Ach, vielleicht, schauen wir mal. Mhm, 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 mhm. Ja, aber warum? Die schießen jetzt von da hinten schon auf die Station, ne? So. Noch einmal zurück. Und dann angreifen. Und dann schnellstmöglich den Kern immer zerstören. Am meisten. Zumindest mit dieser Anzahl an Schiffen, die wir haben, bringt das am meisten. Wenn man alleine ist, sollte man immer versuchen, die Kanonen von den feindlichen Schiffen zuerst auszuschalten. Weil ansonsten hat man einige Probleme. Ah, der ist schon dabei. Es ist bei ihm auch sehr safe. Sehr sehr gut. Mhm, 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 mhm. Das holen wir uns noch. Noch irgendwas... Da oben ist noch ein bisschen was. Und dann brauchen wir mal ein bisschen Eisen ab, wa? Und dann brauchen wir mal ein bisschen Eisen ab, wa? Hm, mhm, mhm, mhm. Ganz schön viel Eisen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Aber nur vielleicht. Schwägel brauchen wir auch noch. Ja. Ja. Also jetzt habe ich bei ihm noch gar nicht geguckt. Also bei ihm hier. Darauf gezeigt ist auch schlau. Ähm. Ob seine Laserkanonen jetzt nun funktionieren oder nicht. ne? Ja, gut. Soll reichen. Soll reichen. Soll reichen. Oh, da ist sogar mehr oder ist zurück drin? Oh, da ist sogar mehr oder ist zurück drin? gesucht auch nichts für das war mein auftrag so freundlich und würdet mal anreifen aber jetzt greift er noch mal große düsen vorne hätte so eine schubdüse verloren kriegt ihr gleich alle sein das wollen der sich zurück zieht glaube ich verliere gleich ich bin klar ist dass er uns zuerst angegriffen hat und dann hol du dir die mal doch jetzt alle verkauft nun ist vorbei gesucht werden ok muss einfach nur lange nicht entdeckt werden das krieg ich hin das ist natürlich eher weniger gut das gesucht ist auch abgelaufen easy easy wir hier über lange sind guck ich mal gleich aber sieht nicht so aus ob hier noch irgendwas wäre also nach schiff eigentlich welches wir zerkloppt haben hier irgendwo gewesen schock ich muss ja nicht alles übergehen so dann wollen wir jetzt auch erst einmal zu irgendeiner der stationen unsere crew wieder auffüllen er immer wieder seine energie weil er nicht genug menschen hat das verstanden was ist zerstören ja wohl auch das akzeptieren wir immer ein an hier 13 mann immer anders ist das kann ich eigentlich bei beiden machen und hier sind es zugelassen wir haben jetzt mal ein bisschen geld ausnahmsweise müssten wir eigentlich auch noch machen aber ich werde jetzt an der stelle mal einen kleinen break machen so ein kleines häuschen muss ja auch alles noch geschnitten werden und stehen ja noch andere sachen an wird heute noch denke mal minecraft kommen ich weiß noch nicht hundertprozentig ob als solo zusammen mit meiner froh oder einer kombination auf beiden dann kommt heute abend auf jeden fall noch sons of the forest zusammen mit dem guten kev kev bedanke mich fürs zuschauen auch hier wieder gerne ein like gerne ein abo da lassen genauso gerne kommentieren freue mich über über jede neue nachricht die ich irgendwo lese und wir sehen uns beim nächsten mal